Prozent und weiter geht es bei Let's Play 2 und wir suchen die letzten beiden Gebetsrollen und Alisa macht sonst was das war die schlechte Einzel geschlechteste Einleitung er war ich könnte es immer übernehmen ich kann das Leben da wird drüben rein mehr nicht her ich will auch kommt das Spiel macht mich fertig zu machen nicht fertig die ganze immer wirklich schuld das Spiel macht nicht mehr fertig warum spielt es nicht überhaupt ich habe Schaden gehabt zum Glück bin ich nicht auf die Schmerz die in den letzten umfragen zu machen die umfragen der Marco Korn guckt der weiß das in vier und vier wie oft erwähnt ich den eigentlichen er sich so glaubt eben und außerdem nun könntest mir über Bescheid sagen die warum nicht immer zu sagen wir haben wir kommen gucken ich kann das momentan nicht gucken nein sie ist nicht ernsthaft durch den Boden gefallt sie ist nicht ernsthaft durch diesen verdammten Boden gefallen ich glaube es ist sie nicht ist sie durch den Verraten Boden gefallen ach Gott nein nein das hat Marco Kornow von meinem Let's Play gesagt warum spiele ich das überhaupt wahrscheinlich bin ich auf die Schnappsidee eine Umfrage zu machen ich kann es nicht und wird nicht wiedergeben ich heiße nicht Vampir Chicken die Ampiers jetzt werden wie auswendig kennt die Vampir Chicken wenn es mir jetzt ein Vampir Chicken kennst du die die heißt so YouTube bald habe ich alle Leute durch die durch Mark Korn und Kanal Kenner mit meinem Let's Play tu mir da Miss Simms habe ich jetzt schon erwähnt Vampir Chicken kennt er jetzt mal ein ganz ich könnte jetzt mal ein ein Let's Player ähm ansprechen wo du mich töten würdest und ich dachte es jetzt lieber nicht weil sonst hast du glaube ich ähm jeder wer mich kennt will das wissen wer mein Minecraft Let's Play der Part 38 die Konverteidigen der Part 38 von meinem Minecraft Let's Play verteidigen könnte weil ich sagte nein ich will nicht bei uns sind fast sonst bist du kommentiert und zugespend und dann musst du dich um ein paar Hater die habe ich so oder so schon mit meinem Minecraft Let's Play also macht es so wie so wie so wie so ein Verhältnis gleich das ist der Markt hält da habe ich was gegen genau diese Person gesagt wer jetzt noch nicht weiß wer es ist hat gefehlt okay du bist heute kommen nachmachen weil auch der erste war damit angefangen hat ich glaube gerade 5.000 hat oder vor ihm angefangen mit Minecraft Let's Play okay ich glaube jetzt weiß jeder wer es machen ich habe auch gesagt wo muss ich denn hin unter dir abt die 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 Katze liegt im Schnee und wir haben Sommer und ich rede über Schnee ich habe das zusammen Winter ist viel besser da 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 wer versteckt Gebetsrollen an solchen Orten müssen die Ernsthaft jedes Mal so ein 50.000 Kilometer lang hier drehe ich mal um da bin ich da habe ich letztes geschafft ich bin hier vor dem Gitter stehen geblieben und auf einmal war ich hinter dem Gitter ne lol ja hier kriege ich doch immer wieder hin Platsch 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 wir machen die nachher nass was ist das nicht mal gereimt ich habe ein neues Shirt an ich tage das wie ein Reim vor und dann reimt sich das nicht mal oh Gott und jetzt wird das Wasser aufgehalten was nicht so die Logik wird wohl siegen allein da hat er da 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 schon spät du wolltest mir sagen dass ich rückwärts runter soll stimmt's mhm mh nein aber da ist mir eine gewisse Rolle dahinter allein müssen die Mönche jedes Mal wenn sie beten wollen wieder dieses Wasser rauslassen und so und wo sie jetzt sind eine Rolle fehlt mir noch nein äh doch eh durchsatz 5 brauche ich ja wie viel hast du jetzt äh zwei eingesetzt zwei dabei äh ich habe insgesamt vier also du musstest jetzt drei haben äh jetzt dring mal bitte sein Gesächtnis an wo gibt's die letzte äh er setzt sich jetzt mal ein währenddessen könnt ihr Laras Arsch bestimmen und 0 man ist gesagt das kann sein dass die Hosen immer kürzer werden ich habe auch so eine so kurz ja er hat zwar nicht wieder von er wird in den Kirchen müssen sie weiter ja gut nee okay die ist nicht so weiter nein ja wo ist ja gewählt einmal längere Abgrenzen äh ja warte ich denke eben nach ja guck dich denn an Bier rumbackt ja 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 leu ich weiß es und wo ähm ja gleich ich tue erstmal die beiden ein du hast eben du hast am Anfang eine Schüssel gefunden wo du oben warst ne auf so einem Tuchvieh gut ging es da Bahnhof Kitzel drittig nur zu der Halle da jetzt mal speichern und dann durch die Halle und dann einmal rechts ich habe auch kein Schlüssel mehr ich habe noch den sehr drauf ja das ist das Schlüssel ein und diese Tastatur sieben und leiten ja da die rumpackt durch guck dich das an guckt euch genau guckt euch das guckt euch das guckt euch das da bin ich doch schon mal lang gelaufen hier rechts hier rechts ich weiß wo ich dachte grad wo du eine Schüssel gefunden hast da musst du wieder hin um warum sollte ich da vor nicht hin sie will mich verarschen nein sie verarscht mich nein sie verarscht mich sie verarscht mich nicht ich kann nicht schneller ich habe mal das nicht mehr eigentlich mal ein bisschen Stimme das ist nicht nur ein bisschen schneller Acht und der Partie 17 Minuten oder 15 das ist mir sowas von Wundler speichern 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 sie macht mir schon wieder uns uns ein ein Baum und wehlauchter ein das meinte ich auch ein Prozent allein wer platziert diese Felskugel immer wieder da oben diese Mönche die sind verrückt zurück 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 das habe ich mir schon gedacht das sah schon so auffällig aus aber wer wird sich denn eigentlich normalerweise nach Fackeln da oben wer wird sich zu Hölle nach Fackeln so jetzt kommt was ähm Schwieriges du musst nein und ich wünsche immer noch das Strömere nein du musst das ist doch ein das ist eine komische Strömung ich muss da durchkommen ja ähm wie soll ich das da schaffen ich glaube und nicht mein Schatz du schaffst das dieser Witz wird nicht alt werden ich sehe schon Liebling du schaffst das schon ich glaub an dich wow äh da oder da da du drehst dich zu schnell wenn mir leckst doch falls du so mal nachdenken könntest ach du scheiße schafft sie haa Fackel an Fackel an? da fackelt er wieder nicht lange und macht sie einfach an nein haa haa ähm jetzt musst du gleich gleich mal speichern also es wird ähm pass auf ich stehe davor meine Schwester kommt es ist ja die Absatzschule an meine Schwester kommt haa 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 sie ist da ja haa haa komm das vom Timing voll geil gepasst wenn die Tür auch so weit gewesen wäre mh und nach und wenn nach du schaffst das du schaffst das ich glaube und ich glaube auch und sie steht immer noch auf Schmerzen Waffe du schaffst das ich glaube an er die konnte ich nicht hätten ich hätte auf ihn geschossen so oder so Waffe ziehen Achtung 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 Ja, du, äh, ich wünsche dir mal viel Spaß, hehehe. Ich versuche mir heute auch was in der Pizze überzulassen. Was? Du versuchst mir was überzulassen? An der Pizze. An der Pizze. What the hell? Die Quickspsie ist durchs Mikro. Ja, geh mal. Natürlich. Du machst links irgendwie, ne? Hä, das ist wie so. Und egal, nein, ich weiß, warum durch uns. Im Laborin geht man auch immer, immer links und weiter an der Wand lang. Ja, merkt euch das. Merkt euch das. Hier lernt ihr was fürs Leben. Äh, was habe ich als habe ich damit auch gemacht, ne? Äh. Toilette 3? Ach so. Hä? Ah, ja, stimmt. Ah. Ich erinnere mich. Es ist aber ne Tatsache. Labyrinthe sind eigentlich immer so aufgebaut, dass man immer links an der Wand entlang zum Ziel kommt. Eigentlich. Ey, zieh auf den anderen! Oh, du bist scheiße, Lara. Lara. Lara, du bist scheiße. Du schaffst das! Ja! Äh, verdammt. Verdammt. Musst du ausdrehen. Ähm, du musst die Gebäste... Wo hab ich geschmeißt? 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 Äh, nein. Nein! Mach mal kurz auf Screen. Ey, komm, du hörst den nicht an. Doch, das tu ich den an. Doch, das tu ich den an. Ich mach nichts auf Screen. Das habe ich mir geschworen. Außer... Außer... einmal... Minecraft. Aber das... war auch nachvoll... zu vollziehen, weil... ich meinen Abonnenten... nicht antun wollte, fünf Kilometer bis zu... meiner Pyramide zu laufen. Ah, sonst habe ich mir geschworen, nie was auf Screen zu machen. Ja, es... tut mir leid, dass... ich kann's nicht haben, wenn jemand was auf Screen macht. Deswegen habe ich mir selbst geschworen, das nie zu machen. So richtig. Hm... Ich wette, dieser Part dauert jetzt 30 Minuten. Nein, 20 kommt schon hin. 20 bestimmt. Ja, ich hätte die Einwanderung total vergessen müssen. Ja, ich bin schuldig. Ja, ich bin schuldig. Ja, ich bin schuldig. Ja, dann... Ach, komm, warum glaube ich schon wiederlegt? Äh... Weil ich fehle. Weil ich fehle. Weil ich fehle. Na, na, na... Na, na, na... Und mir schwarm. Äh... Ich könnte jetzt wieder so was schönes... Ah, nein, nicht lassen. Sie denkt schon wieder versaut oder so was. Was? Sie denkt schon wieder versaut oder so was. Oder irgendwas zu ihr. Ich gehe doch immer... Oh Gott! Faceball! Ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Du nicht? Ah, die macht mich heute echt... tot. Wenn du es nicht lustig hättest, dann hör ich auf, dann sag Bescheid. Wenn du jetzt sagst, hör auf, dann hör ich damit jetzt auf. Du bist schuldig. Okay. Du bist... Stürf! Nicht du! Ja, tschuldig! Ja, du bist! Äh... Ja, du bist! Gib check! Du solltest mich checken, aber Lara schafft es selber nicht. Ich solltest mich checken. Oh, check mich mal aus. es hat sie wieder da ein wie du siehst links da in der liste ich sehe so viel um über deinem ach nee was du geschrieben hast neben deinem ach nee den nehmen mein was du hast da geschrieben ach nee bei mir da habe ich gar nicht du hast das fenster zu erzeugen ach warum ich das in die wachse er da ist ein link dann darüber steht ist dieses kolzen wohl dann steht das tut von mir dann steht wieder cool dann ja ach nee und daneben steht rassier was will ich das oder die einfach von dem blauen 2 4 6 8 10 11 nach unten da warum hat er sich gleich so gesagt 8 8 8 8 das meinst du ich spielst du denn jetzt ich bin ja du bist du jetzt sagen wir sind in einem auflegegelegen darunter aber aber naja es das ist einfach das ist einfach und jetzt sitzen wir das da ein und bam nein ich bin schon verbrannt bis Level gelaufen und und wir haben es geschafft ihr schüttelt Koppel mit wenigstens ja speichern und bis zum nächsten Mal ich bin kein jahr tschüssi